Der Herr der Ring ist wirklich ein Meisterwerk der Perfektion. So viele kleine Details wurden von Peter Jackson und seinem Team beachtet, damit dieses Wunder der Filmgeschichte umgesetzt werden konnte. Ein Detail möchte ich dir heute vorstellen. Zu jeder Rüstung gehört auch ein Kettenhemd. Diese wurden für den Dreh jedoch nicht massenweise fertig vorbestellt, sondern wurden von zwei Mitarbeitern in mühsamer Handarbeit eigenhändig angefertigt. Sie arbeiteten so lange an der Rüstung, dass ihre Fingerabdrücke vollkommen abgerieben waren. Die beiden waren also perfekt für jedes Verbrechen. Das zeigt einmal mehr die unfassbaren Mühen hinter diesem Film. Lass jetzt ein Like und ein Abo da, wenn du Herr der Ringe Fan bist und mehr von diesen Fakten hören möchtest.